moin leute was geht hier ist wieder der geist in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie man erneut kostenlose gegenstände vorne bekommen kann und zwar sind diese diesmal ein spray und eine coole tarnung alles was wir dafür tun muss leute ihr erstellt euch einen twitch account so fern ihr noch keinen habt und verbindet ihn dann mit eurem epic games konto hierzu könnt ihr einfach auf den link in der video beschreibung klicken dann werdet ihr auf diese seite weitergeleitet und könnt dann diese hier verknüpfen ihr klickt auf den link werdet weitergeleitet müsst euch mit eurem epic anmelden dann seid ihr auf dieser seite wie ihr seht sind da verschiedene symbole ihr klickt auf twitch und verbindet es dann ich bin schon verbunden leute das heißt ich brauche es nicht mehr zu machen so dann zeige ich euch doch mal den flyer von den twitter da steht wie ihr seht dass man 30 minuten zuschauen muss um diese belohnungen zu bekommen das ganze fängt an am 22 22 april um 17 uhr pacific time das heißt das ist bei uns am 23 april um 2 uhr nachts ist leute wie bei uns ist die zeit neun stunden vor also startet das bei uns am 23 april um 2 uhr nachts also heute nacht alle um zwei uhr bei twitch rivals vorbeischauen 30 minuten zusehen und die items bekommen ganz wichtig leute die drops sind nun bei den rivals kanal aktiv den link tue ich natürlich auch in die video beschreibung so das war es dann auch mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und ich konnte euch mit diesem video weiterhelfen falls ja schreibt es in die kommentare haut den daumen nach oben und für alle die bei den live streams dabei sein wollen leute ihr könnt mir auch kostenlos auf twitch folgen der link ist ebenfalls in der video beschreibung und bis zum nächsten mal